Wenn man bei Oma und Opa zu Besuch ist. Und? Soll ich dir noch einen Schlüssel bringen? Nein, danke Oma. Ich bin satt. Wie? Hat es dir etwa nicht geschmeckt? Dabei habe ich mir extra so viel Mühe gegeben. Ich stehe seit dreiviertel sieben in der Küche. Doch Oma, es war wunderbar. Ich bin einfach nur voll. Ich habe keinen Hunger mehr. Soll ich etwas anderes machen? Ich habe auch noch Rouladen da. Oma, hörst du mir eigentlich zu, wenn ich mit dir rede? Es war super lecker. So wie jedes Mal. Ich bin einfach nur satt. Die Hunger Games sind beendet. Naja, dann hol dir schon mal den Kuchen aus dem Keller, ne?